Alter, was zur Hölle ging ab bei Jedi Prohaska gegen Aleksandar Rakic. Das war der brutalste Kampf des Abends bisher, wenn man den Kampf von Bobby Green auslässt. Dieser Kampf war auch eine Tortur gegen Jim Miller. Was er mit ihm angestellt hat, ist auf jeden Fall eine 300k wert. Aleksandar Rakic hat traurigerweise so stark angefangen, hat das Bein von Jedi komplett komprimiert mit den Calf-Kicks, dass Jedi auch den Stand wechseln musste, die Auslage wechseln musste und trotzdem hatte Aleksandar Rakic gegen den wilden Stil in der zweiten Runde von Jedi keine Antworten. Es sah wirklich so aus, als ob Jedi jeden Punch, den Rakic auch perfekt getroffen hat, einfach gefressen hat, mit Händen nach unten, nach vorne gestürmt ist und Rakic hat so viele gute Treffer gelandet, trotzdem hat es nicht gereicht. Dabei haben die Treffer von Jedi, die dann halt Alex getroffen haben, deutliche Reaktionen gezeigt, das heißt, dass der Impact extrem viel höher war und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht. Aleksandar hat versucht, sich noch irgendwie durchzukämpfen, irgendwie klarzukommen, aber diese Schläge von Jedi waren einfach zu brutal, waren zu hart, diese verrückten, wilden Kombinationen. Und ja, letztendlich war es dann der Fall, dass der Referee Herb Dean den Kampf abgebrochen hat, nachdem Alex wirklich noch versucht hat, sich irgendwie aufzuraffen, irgendwie aufzukämpfen. Das war wirklich brutal mit anzusehen, also die Stoppage kam auf jeden Fall nicht zu früh, meiner Meinung nach. Und ja, hoffe natürlich, dass Alex mit so einer Performance auf jeden Fall Herz gezeigt hat und gezeigt hat, dass er ein sehr technischer, starker Mann in der Halbschwergewichtsdivision ist, aber Jedi war halt der Champion und das darf man nicht unterschätzen. Gegen einen Alex Pereira, der mit seiner Power auch noch so präzise ist, sieht das Ganze halt bei Jedi's Deckung ein bisschen anders aus. Alex hat alles versucht, hat leider nicht gereicht. Auf jeden Fall hat Jedi im Interview im Nachgang gesagt, dass er die Champions, beziehungsweise den Gewinner des heutigen Main-Events von Alex und Jamal Hill kämpfen will. Er will vielleicht das Rematch gegen Alex haben oder wenn natürlich Hill gewinnen sollte, will er letztendlich Hill als Gegner haben. Hat er sich auf jeden Fall mit dieser Performance von Rakic verdient, war auf jeden Fall geisteskrank, verrückt mit anzusehen. Was sagt ihr zu diesem Fight? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal, Freunde, hier bei NoTimeML.